Laufender Kraft Nummer 6, meine Damen und Herren. Einmal mehr, halb Räder gewinnt bis 64 Kilogramm. Es schließt sich gegenüber in der roten Ecke, Gerwanz Kviarow vom Landesverband Südwest und Lallier Kerner in der blauen Ecke für den Landesverband Hamburg. Als Unparteiischer bei dieser Begegnung fungiert Referin Thalais Iwolinski. Die Punktrichter werden gefiltert durch Sönn Zittlauer, Matthias Jorn, Stefan Hint, Alexander Willing sowie Franz Zajerski. Ring frei, Runde 1. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.